doch deck nehmen sollen. Ja, hätten wir. Das wäre geil gewesen, glaube ich. Hätten wir über die Pilze hinweg springen können. Der Mobot kommt auch nicht hinterher. Ah doch, der Mobot regelt das noch. Du musst dein Mobot mal auf die Viewer upgraden. Das ist nur die alte Version. Der Mobot regelt. Regelt. Regelt der Regler. Regelt, regelt. Aber jetzt schon fast 2.1. Was ist denn los? Es ist doch schon 10 Uhr. Natürlich gibt es auch wieder in jedem Team Scumbag, der einen Skinnut hat. Ja, klar. Einfach, einfach, einfach um das... Ich hab's vergessen jetzt bei der Aktion hier. Einfach um das Pilze zerstören. Der Hansch hat zum Glück einen Scheißrechner. Ich kann nicht wieder rauchen. Ist der wieder weg? Nee, der ist auf Klo. Er hat vergessen, auf Klo zu gehen. Ist dein Ernst? Ja. Ich wundere mich, warum Leute verhungern können vor Pc. EG. Oh, gut. Ivan macht mir ein bisschen Angst. Der sagt schon nichts mehr. Mhm. Du musst nur einmal klicken, was ist. Fuhl. Oh Gott, ey. Ich hab richtig Schiss gegen... Ich will nicht Temo. Oh, das ist eine gute... Gute Voraussetzung, wenn man Temo spielt. F? Ja. Oh, okay. Ich hab immer so ein paar Bedenken, dass mein Internet weg ist. Ich merk das schon. Deswegen muss ich immer so... Immer hallo, hallo, hallo. Das ist GG. Das ist einfach mega toll. Wo ist Ivan? Ivan? Ivan ist auch AFK. Deswegen hat er auch nichts gesagt. Ich hab mich schon gewundert. Ich dachte ja schon, der ist tot und still. Der ist tot und still. Der spielt ja auch noch. Des Todes. Das heißt, ich krieg oben auch nur einen. Oh, das ist ja cool. Krieg ja auch nur einen. Das ist ja geil. Aber ihr... Boah, wer auch immer runter geht. Okay, Ivan. Wie Viewer, kann ich meinen Chat reconnecten? Ja. Aber wenn ich heute nach... Und mit heutigen Tag einen Partner... Ich glaube, ich kriege dann auch... Dann will ich, dass ihr alle eine E-Mail an Twitch schreibt. Am besten macht ihr das jetzt schon. Am besten macht ihr das jetzt schon. Am besten jetzt einfach gleich mal eine E-Mail schreiben. Ab Blizzard. Wie... Kron darf nur noch, wenn er aufsteht, gebückt laufen. An Twitch. Sonst sehen alle ganz Ständer durch die Viewer. Das darf der nicht zulassen. Ja. Wo ist denn der Ivan? Warum ist der Ivan? Und wo sind die Mechanics, Junge? Normalerweise hört man das doch immer, wenn Ivan an Rechner kommt. Wenn Teller durch die Gegend fliegen oder irgendwas anderes. Kastrierer, ich weiß noch nicht, ob... Ich kann schon wieder nicht mehr auf Twitch, auf YouTube Kommentare antworten. Was ist denn das? Ja, Google Plus ist OP. Wollen die viel lachsen? Ich kann nicht die Antworten. Google Plus ist echt OP, Mann. Das ist der größte... Ja, das ist so eine verstanderte Funktion. Ach, Kroni hat schon wieder das Trinket vergessen. Ich bin einfach OP. Peric, Pussy Mode. Wieso denn Pussy Mode? Man braucht nicht unbedingt ein Trinket. Man kann auch ohne Trinket spielen. Ach so, wegen Barrier. Ich will doch nur... Dann will ich so nett sein und... Ja, guck mal, Ivan. Ivan, keine Ahnung, wieso er mich nicht hört. Ich rage hier. Keine Ahnung, wieso... Ey, wieso hab ich denn zwei oben? Ich dachte, einer von euch junglet. Ne, der Smite nur auf allein rum. Ne, der ist dann nicht mal oben. Oh, GG, der Smite nur tatsächlich auf allein. Oh, Gott. Oh, Gott. GG, Boys. Ich krieg bestimmt kaum auf... Ey, das ist ja ganz schön Reuden von euch, dass ihr hier Temo genommen habt. Muss ich ja nur noch mal erwähnen. Ja, ich stimme dir zu. Das ist ja eigentlich ge-disabled, der Hero. Dankeschön, Tudor. Der wenig Champs, für die ich einen Skin habe. Tudor ist auch im Stream. Ja, guckt auch auf, hat's gut gemacht. Wer? Tudor, mit dem hab ich öfter mal mit Teamspeak rumgegangen oder gespielt. Er guckt regelmäßig mal zu. War voll in Ordnung. Boah, Alter, ich krieg hier richtig Halt auf die Frisse. Ah, bin ich schon so brain-up Kahn. Guck hier auf den Chat. Ich habe sogar schon den kleinen Wolf gesmited. GG. Also den großen Wolf, aber... Oh, der kleine Lasse. Ich bin in deinem Channel, was höre ich? Beric ist wieder am Fienden. Ah, Oli, du begibst dich auf dünnes Eis hier. Ganz dünnes Eis. Coming to hell, bro. Ganks of Doom. Ganks. Ah, hast du ein Ganker gesehen? E, E of Doom. Siphon. Siphon of Destruction. Erick, man D-Stroker. Ist der so auf Stream? Kran, oder was? Kran. Yup. Kran hat 2.000 Viewer geknackt. Nice, Glückwunsch. GG, ne? Boah, die haben auch beide AP, ne? Oh, Gott. Wer hat denn diesen Temo erfunden? Boah, ist der Champion ätzend. Siphon, wer hat das für Mordecaizer gevotet? Ja, das war... Ja, das kommt noch schwerwiegend dazu. Ja, ich hab ja nicht erahnen können, dass die Temo nehmen, also ehrlich. Er lässt sich schon mal Mordecaizer gespielt in diesem Gamebot. Ich hab verloren. Mit Jungle, Mordecaizer. Kran! Ignite, Ignite, Bro. Good job. Schnecken wir uns noch. Oder Thun. Er ist Timo. Good job. Oh, Minions of Doom. Nice. BAM! Mit der Keule ins Gesicht, Alter. Nein, war ich da nicht. Gangs of Doom. Einfach nur Gangs of Doom. Nordecai der Gangs of Doom. Komm, jetzt pushen wir mal hier die Lane. Kann ich mich selbst killen? Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mich selbst killen kann. Nee, glaub nicht. Auf einer AP, müssen wir stehen. Gangs of Doom. Sehr gut, Kran. Was regelt. Ja, was hol ich mir jetzt, ist die Frage. Hol ich mir ja direkt Magiere sie, ne? Glaub ich. Macht mehr Sinn. Great Boss Kran. Wait, ich will mir auch reden. If I must. Oh, ich finde das Sneaky ist. Ach, der Ivan ist... Immer noch nicht am reden. Was ist los mit Ivan? Ivan, du bist echt OP. Versteck ich jetzt auch nicht. Versteck ich, warum der Ivan? Hat er beleidigt oder was? Nee, der Ivan hat irgendwie ein Headset-Fail oder sowas. Kann ich spielen machen. Geh mal, weiß ich nicht. Wenn nichts zieht, Headset einmal raus und rein. User was moved out of your channel. User was moved to your channel. Ja, dat wird's natürlich regeln. Einmal raus und stellen zu. Du bist ja auch geil, ey. GG. Tricks an das. GG. Aus rein, Brad Pitt. Können dir das mal. GG, Worte, Kaiser, Inky. Ich muss gleich erstmal ne Fanboy-Anfrage erstellen. Good job, Cap. Hör auf zu ghost. Was musst du stellen? Ja, ich ghost, leimlich. Ich hab dich noch gar nicht in der Liste. Ich muss gleich erstmal ne Fanboy-Anfrage stellen. Nice. Ich hab aber ungefähr 15.000 Fanboy-Anfrage. Nehm, lehnen ab. Nimm an. Was ist er nun? Krun, wieso nimmst du mich nicht an? Wollte schon immer mal ein Spiel mit dir machen. So? Sicher? Nein. Ich hab auch schon wieder das Trinket vergessen. GG. Der Trinket. Ich glaub. Ach so, die überbewertet. Trinkets werden überbewertet. Das stimmt. Zwei Kills sind viel neuer. Der Krun und seine Trinkets, ne? Das ist auch in jedem Spiel dann selber, ey. Minute 80 kauft er ein Trinket. Ich hab mich noch nicht an, ich hab mich noch nicht an den 4 gewöhnt. Ja. AP-Krun. Du hattest eigentlich so top gegen 2? Ja, geht so, ne? Ich hab 27 Farben. Also, ich hab mir, ich war auf jeden Fall eine kluge Idee, die Negaton Cloak zu kaufen. Dann auch 4 Pods dabei, das ist auf jeden Fall GG. Ich mach 1 Siphon und dann hab ich genug Resis für einen Auto-Attack von denen. Der ist eigentlich der Einzige, der auf Lifestyle baut? Ne, ich geh auch Tanki. Äh, Tanki AD geh ich. Tanki AD? Ja, hast du noch nicht gesehen? Der Ivan hat das schon mal gemacht. Das ist übelst geil, Mann. Late of the Ring King, Triforce, das ist so GG. Ohne Scheiß? Ja, das ist richtig geil. Du rotzt echt alles weg. Weil die Keule macht ja doppelten Damage, wenn du einen triffst. Oder nicht doppelten, nicht ganz doppelten, aber du machst auf jeden Fall mehr Schaden, wenn du einen triffst. Mein Penis ist klein, was tun, Dr. Crun? Ja. Stream gucken. Kommt her hier, ihr Team aus. Das ist ne Lösung. Das ist der Einzige, was lag ist bei einem Mordler. Der keinen Follower hat. Oh, die Team aus wollen mich haben. Peric, die Team aus wollen mich haben. Alter, der ist Level 6 und macht schon wieder so viel Schaden, ey. Verdammt. Ich dachte, du kommst früher, aber du hast dich irgendwie gar nicht bewegt. Nee. Das stimmt. Oh, egal. Mordekaiser, Tonso, CC. Jetzt kann ich erstmal was holen. Jetzt trink es holen. Das ist echt nervig. Dieser Timo ab Level 6 kann ich gar nicht mehr ganken, weil dir einfach alles verpilzt sein wird. Auf Doom. Hier, Proxien. Kein Bock mehr. Oh, schade. Close. Reicht das nicht? Der kommt nochmal ran und lässt sich mit dem Ehe killen. Nee, das reicht gar nicht. Nee, reicht nicht. Schade. Gigi. Night, hättest du noch gemacht. Ich glaube, Ivan. Ivan sagt gar nichts mehr. Die Mechanics sagen nichts mehr. Too many viewers. Na, die haben den eingeschüchtert. Ja. Keine Ahnung, Zockerlord. I don't know. Ivan, zeig mir die anderen Mechanics. Oh, da flasht er, der Timo. Diese Timos, Alter. Diese Timos. So scary. If I must. Na, du musst, glaube ich, erst mal Realize bauen, damit ich auch ganken kann. Ah, Kev farmed auch. Alter, wir haben auf jeden Fall alle relativ guten Farben dafür, dass wir... Na, Ivan und ich haben beide gleich viel. Läuft auch, würde ich sagen. Läuft. Na, dass du gegen zwei spielst. Ja, ja, die haben ja sogar weniger Farben als er. Nur die teilen sich ja noch wahrscheinlich... Ja, ja, klar, aber ich meine auch insgesamt. Ja, das wird trotzdem räuden, ne? Wegen den Pilzen halt. Ich weiß auch nicht, warum die den genommen haben, wenn es ehrlich ist. Ja, das ist schon... Hä? Was ist da los? Kev, go, go, Power Render. Ich habe aber jetzt ne sneaky Taktik. Ich habe jetzt ne echt sneaky Taktik. Weißt du was für ein Mann, Kev? Ja. Tauert euch. Wir reißen einfach die Mitte ein. Ja, hatte ich vor. Ja, aber zu zweit. Dann muss einer von den anderen Lanes wegkommen. So. Das war unser Fehler. Hätten wir sagen müssen. Timo. Timo banned. Oh, Pilz, 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 Pilz. Let's go. Warum man den Realist, wenn ich ganken kann, Alter? Alter, Morde ist gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich den zweiten Mal spiele. Der geht gut ab. Na, du bist auch im zweiten Timo. Ah, hier ist doch ein Timo. Timo, auf, du mal. Timo, Timo. Oh Gott, wir gucken die Timo's an. Ey, du kannst ihn sogar, hättest du ihn besser angegangen, hättest ihn, glaube ich, gekillt. Ich habe auch auf dem Tempo ruhen. Ich habe auch auf dem Tempo ruhen. Oh mein Gott. Er hat überlebt. Kade. Ah. Da habe ich mich selbst gerade ein bisschen überschätzt. Na, den schaffe ich wohl nicht. Das könnte tricky werden, das könnte echt close werden. Ich habe mich selbst gerade an. 0 DMG. Close. Tschüss Timo. Fills of Doom. Oh, ist das was ein Kett. Johnny hat mir geholfen. Der eines war so close. Haben die den Rake abbekommen? Ne. Oh, zu close, ne Potz hätte ich es geschafft, ohne Potz. Riggi. Meine Mode-Copy, Alter, meine Temo-Copy bringt den Temo an und zieht ihm einfach ein drittel Lifehack, ey. Richtig krass. TG, Mann. Ivan, was ist denn mit Ivan los eigentlich? Wieso, was ist denn los? Die Mechanics sind weg. Die Mechanics. Wie spät dann bin ich? Ach, schon wieder 11 Uhr, ey. Na klar. Der Tag geht irgendwie nix. Hey. Morgen wieder schön aufstehen. 6 Uhr. 6 Uhr. Da werde ich, glaube ich, schon pennen. Obwohl, in der Uni geht es wahrscheinlich noch ein bisschen, ne? Kannst du rumpeln. Ja, ja. Ja, ja. Was aber auch ein bisschen langweiliger ist. Also es zieht sich dann halt echt mega. Ich glaube, wir hätten echt Ghost und Flash mitnehmen sollen. Ja, ich glaube auch. Dann wäre besser gewesen. Also ich glaube, ich hätte über Lauftempo ruhen extra, aber es reicht nicht. Wie carpieren wir auf und auf. Wie für ein Anupunkt Electrum. Die Mechanics sind wahrscheinlich zu Hause. Ich bin da nicht runter. Ich bin da nicht der Knight-Baner aus. Ich bin da nicht der Knight-Baner gewesen. Ich hab keine Knight. Was denkst du, wie ich überhaupt habe? Nein, von Ivan. Ivan mag nicht mehr mit uns reden. Ach, so ist der KTM mit 5, ne? Super. The KTM. Das läuft doch. Oh fuck, hier ist ein Timo, Alter. Der hat überlebt. WTF. So, Harry. So, Harry. It's scary. Fuck, da kommt einer. Und einfach unsichtbar in die Tower, Alter. Nein! Du kraftest mein Geist auch nicht an. Was ist denn das für ein Geist? Einmal mit Promis arbeiten, ne? Dankeschön, Geist. Ach, Kaka. Dieser Hunch, Alter. Ich stand einfach neben den Tower. Ich wollte den Tower einpressern und mach meinen Weh auf mich selber. Ich stehe neben den Tower. Unsichtbar. Geist. Tower push, Peric. Was darf man hier? Sneaky Drake machen. Toll. Was ist schon 2 gegen 1? Ich hab jemanden bekommen, wo er ausstellt einer. Ha. Toll. Na ja, das ist... Da freuen sie sich immer alle, oder? Da freuen sie sich immer alle, wenn er stirbt. Alter, Alter, Alter. Iban kann nur rage und wenn er im TS ist. Naja, er raged auch so nicht. Ja, er raged auch so. Aber wir hören es ja nicht. Das ist ja lange. Kommen wir jetzt schon auf Kana-Base. Eben gerade, eben gerade kam Ibans Mikrofon wieder. Sensi ist auf Low. Er brüllt schon... 2000 Dezbill. Alter, Alter. Ich hatte gerade Drake ein Level ab, oder bin ich blöd? War gerade so aus als von Drake ein Level? Alter, was geht denn in der Mitte? Unstoppable. Kev ist einfach... Kev und ich sind einfach farmt wie ein Boss. Oh fuck. Und die Temo-Copies, die reißen einfach jeden ab. Oh fuck. Die Temo-Copies sind richtig krass. Hallo. Hallo. Oh, der Ivan. Ivan ist wieder da. Was ist denn los, Ivan? Hört ihr mich jetzt? Ja. Hallo. Ja. Are you hearing me? Ja. GG. Der Ivan hört uns nicht. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Haha. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Haha. Der trollt uns zu hart, Mann. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass er uns trollt, ja. Stop troll, Ivan. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hört ihr mich? Genau. Oh god. Überall diese Pilze. Oh god. Kev! Sneaky! Sneaky Pilze! Ihr seid bloß zu zweit. Hast du Ulti? Ah, ich habe keine Ulti. Ich habe Ulti. Ah, ich habe keine Ulti. Umdrehen! Turn around! Nice! Kev, ich habe Ulti. Okay. What the fuck? Temo, ich habe Temo. Underrated der Champion. Ich habe ein Temo. Er ist auf jeden Fall du bist strong, ja. Ich habe da letzten schon gemerkt, als ich mit ihm gespielt habe. Oh, ey. Wir schwimmen. Wer wartet? Wir müssen sagen, wir schwimmen. LOL. Die sind zu dritt in der Mitte und Define nicht. Oh, mein Temo. Der greift an. Hat! 10 Sekunden Ulti. Ey, der macht mega viel Schaden, Alter. Guck mal, wieder die und, äh. Temo of Doom. Das ist der Flash. Oh, oh! Du hast doch den Flasch. Oh, oh! Oh, oh! Du hast keine Wahl. Oh, meine Ulti hat mich hochgehalten. Oh, oh, Krann! Nein! Ich habe keinen Fall. Oh, oh! Das ist der Flash. Oh, oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! Oh! Oh, oh! die Ehre was oder ein paar nein da wollte ich ich kann sich in Deutschland wissen wie denn ich denke es auch vertreten ornein gar nicht gut und folgt es wird auch mehr zu tun und hier nein die Mannschaft war ein schöner Drei gegen ein Köln ich habe das auch so ich stelle mal die Korrekte schreibt er zieht wie dieser Troll hallo hallo er hört uns halt halt gar nicht der Trottel was ist da los hallo was ist da los mit dem Ivar ich bin mir jetzt noch nichts zu holen das wäre nice ihr schafft das schon Drei gegen Fünf ihr schafft das schon GG dieser der Ivar nicht war der Trottel hört ihr mich? ja boah alter was ist das für eine Gülle hier gewesen hast du den Lautstärkeregler runter gedreht oder was? habt ihr mich gehört da? ja da habe ich euch aber nicht gehört GG man da hast du uns nicht gehört da wir haben nur gesagt hört ihr mich? are you hearing me? wie darfst du schon so sagen? GG war dann auf jeden Fall richtig episch die ganze Zeit hört ihr mich? die ganze Zeit hört ihr mich? ich bin einfach Drei gegen Fünf GG der macht das schon der macht das schon der macht das schon einfach die Pro-Plays sehr nutzvoll in dem Game bin ich hier alter du hast ja echt ich bin der Triforce Boy ich bin der Spellband Boy sehen die den? ja sehen die nicht sneaky what echt sie sehen die nicht? what the fuck schniek was wollen wir beenden das Game oder was? neunzehnte Minute lassen wir beenden dauert schon zu lang ich attacke und guckt nix an stop troll man der counter push top kommt wartet schild kurz Mitte counter push top der push ich top ich muss mal red holen run boy run run boy run ah ich leg deine Pilze jetzt ok andere push top let's go sollen sie mich bestimmt snacken ich bin da Ivan du bist da ach so du bist da ich habe keine Bait kran christian nicht gegen mich kran ich bin AD oh ist noch einer in die Zange mit ihm da hat er einen Bloob abgemacht GG neunzehnte Bluebell was der hell schau dir den Timo an schau dir den Timo an schau dir den Timo rein schau dir den Timo rein kann mich nicht nehmen ist tot GG man der Timo war wahrscheinlich oh ja ich werde gesneakt ey der geht auf mich WTF wieso geht er auf mich ich werde gesneakt ich werde gesneakt oh yeah bro bro das ist die pure Hölle nice oh GG yeah der kleine motherfucker Alter kennt euch Jungs kennt euch yeah Timo du kriegst ein Schild nice Timo kriegt ein Schild da oben top 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 einreißen top einreißen Leute das sind die Mordekaisers hier stumpf Ulti ja meine Ulti hat mich voll gerettet Alter die stellt irgendwie Leben instant wieder her ja klar GG Alter wieso kriege ich ACHO man wegen deiner Ulti achso ja stimmt GG hier oh fuck du ist weg ok Baits of Doom das hier Sneaky Sneaky oh my god oh Sneaky getrault ha no hat dem dann ein Wort oder so lass mich bitte nicht einfach leben oh GEM oh nein lol lol oh wieso will ich sneaken lol Leute die Mushrooms habt ihr alle das Dings Trinket nein verkauft euer Trinket und kauft euch das kauft euch mal das Aufdeck Trinket Hallo du brauchst alle das Aufdeck Trinket geht das hier mit? wiese Schroos alter du brauchst alle das Aufdeck Trinket du hast 6000 Abos jetzt auf Youtube hat mir zu den Namen geschrieben BG naja hatte ich vorhin schon hatte ich gestern schon eigentlich wie lang geht das Streamen keine Ahnung bei Cron wenn's nach Cron gehen würde ewig kann ich verstehen sehr nice sehr nice nice Inc hier ich bin der hier Inc nix da Smite of Doom Abospecial Alter ich bin ad Crunny ich bin ad Chase Fage und ich bin Crunny ich bin Triforce wir haben den selben Bild was ist da los ja klar ist gg ich spiel Spellwamp Kaiser ich auch ja gute Mischung ah Shrooms of Doom check das denn eigentlich Ability Power Spellwamp 40% joa ich krieg ja fast gar kein Damage 150 durch so'n Pilz what the hell Abisai ist auch gut so Hybrid AD Hybrid mit WTF 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 Trick uns zu erleben Jungs ich mach kein Pass fürs Team Frick oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott pass auf pass auf damit ihr seid 5 gegen 2 wir kommen in die Zange Cave pass auf I'm on the run boys das sind Mushrooms WT auf dem WT aber dauert noch bis wir da sind oh Peric Shrooms OP oh noch ein Shroom die Flashes die Flashes oh nein das Q ja das reicht noch pg aber du bist da das reicht nicht Gott langsam wirds nervig wir müssen die töten langsam I'm on the run dude oh god total Destruction ja damage weiß ich gar nicht warum Timo gebannt ist Guck mal der Temo rennt einfach rein Trag mal von euch Timo als Counter ach Mordecaiser Timo für Counter als Temo für Counter mach ruhig entspann dich pg Puls over 9000 too much DDoS today I'm out oh god alter geht los der eine hat Black Cleaver ey lass einfach runter pushen lass einfach runter pushen bot lane pushen und dann gut okay bot aber ich glaub mit Flash und Ghost wär noch geiler gewesen ja ich glaub auch Flash und Ghost wär besser Ignite ist auch nice auf Mordecaiser ja aber ich komm nicht hinterher ja ich muss auch sagen ich muss auch sagen also Pryforce bringt dir echt schon ne Menge kommst echt gut hinterher ich glaub Ghost Ignite wär am besten gewesen mach jetzt auch Triforce und danach geh ich noch Blade oder Realize wasn't Realize das ist auch nice dann hast du mich äh du brauchst mit Morde nur Blade und Triforce und gg ja Tank ja Tank und dann bist du Damaged King ich hab den schon ein paar Mal bei Ivan gesehen das ist einfach OP ey du kannst einfach rein und bist Tanky hast Live-Steel du kannst auch Toplane spielen gegen AD Johnny und das nächste Mal gegen Shyvana spielen Spielen let's go oh Timo ist so langweilig wie kann man Timo picken Alter ich weiß auch nicht Alter wie schnell du danach nach der Triforce wirst nachdem du das guckst oh Peric of Doom oh Ivan let's push let's end Bro geh in den Schwum rein genau boah dieser scheiß Blind ey ich hätte einfach rennen sollen so'n Kack der's anhört alter mach der's zu Ende wir haben hier unten grad 5 Timos gehabt gegen 2 ja ich hab nicht so den besten Push muss ich sagen was Türme angeht botlane ich glaub wenn du den Ulti ist und ich der ist also instant down oder? ja ich glaub auch wir können uns auch botlane holen Leute ready? oh fuck so Flash? ne das haben wir geflasht überall Pilze überall Pilze alter kommst du ey die brauchen nur die Base zu Turteln mit Pilzen aber die können nicht die Tower defen nicht gegen Horde lass den hier den lass den hier wenn er das nächste mal rankommt diesen Hunch lass den hier den Tower unten machen Hunch den Hunch hier so Tower ja ok oh Kran oh Kran ich hab versucht nur den Tower zu killen der Tower ist noch im Leben Leute macht Autotakes auf die Tower oder botlane Tower kill what the fuck die Pilze alter die ohnen dich so weg die flashen alle ne doch nicht Leute ich seh'n mich Leute GG ich warte stimmt auch noch oh god oh god da ist ja heute gerade ultima roll die getroffen wir hätten einfach bot den Tower holen sollen wer ist auf Greedy in der Midlane Leute wer ist auf Greedy? wer ist auf Greedy? wie ist auf Greedy? wie ist auf Greedy? ohhh let's go Gott seid ihr schon mad jee eh? oh mein Gott das macht einfach gar keinen Schaden das ist das lustige eigentlich daran Beric hast schon Blade? ja aber dann können wir easy Barrel machen für 12 that's me oh oh Beric hat das Gruppen richtig gut verstanden aber der Threadbuff der findet jetzt auf jeden Fall wenn der jetzt schnell oh wenn der ein bisschen schneller gewesen wäre wenn der ein bisschen schneller gewesen wäre hätte alle gekillt Alter alle wenn jetzt lol aber schade ich hoffe dein Indip kommt jetzt jede Sekunde oh god ich hab diesen Zulalap Zulalap chase ihn Crane chase ihn Zange Zange ich hatte hier aber gesneakst oh god oh schlums Pilze Bro 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 1 E Bro GG oh der Kev own it Teemo Teemo attack guck mal der Teemo hinten guck mal der Teemo Kev Ich sterbe ich sterbe ich sterbe ich sterbe Nein nicht 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 sterben der Teemo killt ihn Komme Kev Teemo E Teemo guck mal nooo damn das Teemo damn Teemo ist broken beroliger Kill beroliger Kill beroliger Kill im Fall Nein der Mushroom Nein Gev Gev oh GG der Life Rack hat dich gerettet von Spektra Alter Vater was ist hier los jetzt ein Timo ist gestorben ok Alter ja wo seid ihr alle komm mal Kron ich komm mal alleine kann ich nix machen komm mal Kron lass nix machen lass Barren machen Kron ja ich sehs doch oh mein Gott oh mein Gott kein Ultim da DCC ist ok oh Gott es reicht ja wo ist die Blade man wa Fist in your face Alter wir hätten das nie hier die legen immer Schrums da hin mach dir die Hebritur botlane ja will ich ja will ich ja will ich ja aber ihr kommt denn nicht ich bin on the run bro guys go go on the run du hättest fucking hin ich kann das mal ich hab noch oh ich hab noch zu schlagen rasten einfach aus müssen wir wissen mit Witz ent dir holen Ihr Team hat sich das Gefühl, dass ihr das Gefühl habt, dass ihr das Gefühl habt. Top lane, Bro! Top lane! Oh, Mid lane! Oh, f***, 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 f***! Das Geräusch wurde der Auto hittet, ey! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, das ist ja so schlimm. Ganz Stimme, Alter, einfach. Ja, abgeht, ist ja schlimmer. Oh Gott, ich sterbe, ich sterbe! Nein! Oh nein! Ivan, opfer dich doch! Oh no! Ey, ohne Scheiß, wenn wir das nicht schnell beenden, oh die uns! Deswegen, dann verlieren wir. Wir müssen jetzt mal gruppen. Wir müssen mal, wir müssen mal hier. Gruppen und keine Scheiß. Das guckt mir die Lacke an, Alter. Ich brauche Blade, Mann! Für Timo und, für Timo und die jetzt alle. Guck, der Kiff steuert noch ganz ruhig, ne? Go, go, cap, wir brauchen eine Nipps. Ja! Sag, dass du Morde keines Ertags... Hau zu mit deiner Axt! Bleib, 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 bleib! BAM! Du hast nach dem anderen gebladed jetzt! Nach dem anderen, du hast gebladed! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Ein Outletack! Ein Outletack hätte geraten. Ja, Minions! GG! Good job, Minions! Ja! Auf euch ist Fathers! Holy shit, ey, this game! Minions OP, Alter! So crazy! Mein Blade, es geht's ab! GG! GG! Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ja, wir haben ganz knapp die zweite Runde geschafft. Ah, 2100 waren sogar, ne? Ja, 2100... Ja, 2100... Ja, 2100... Wenn schon, dann muss man da auch pingelig sein. Oh mein Gott! GG! Armcap! Fast! Versuch's aber! Er ist nicht so, dass du auf Tempo! Oh Gott! Wo warst du, Ivan? Warum warst du auf K? Du brauchst Pissen, Alter! Oh, GG, Mann! Wir müssen auf... Wir müssen auf... Wir müssen aufpassen, dass wir das Game nicht nur losen, Alter! Ja! Alter, what the fuck! Leute! Ivan! On the run! Stop it! On the run, Kran! Ah, schade, Kran! Jetzt haben wir die Base, die Base hat gedrückt. Ja, sehr schön! Ich könnte meinen Scheiß... Ja, ich kann nichts machen, Alter! Die sind viel schneller als ich! Ich komm da gar nicht weg, ey! What the fuck! Richtig roll! Die haben alle die Scheiß-Maske, ne? Wow! Du gehst nicht... Nein! 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 Wow! Da ist noch ein Timo, Alter! GG! Hallo, Bro! Ah, das ist aber zu fast, Alter! Gott sei Dank, die haben einfach alles zugepilzt! Also einfach in die Mitte rein und dann ist gut! In the middle of the night? Oh Gott! Ich liebe dich! Jetzt hast du Ivan wieder einen Grund gegeben, zu singen! Ja, Ivan, du kriegst auch richtig viel Damage von den Pilzen! Ja! Das ist OP! Pilz-Damage broken, ja! Ein Sneak-Attack! So überraschend, dass hier ein Pilz ist, muss ich sagen! Mach doch einfach euer Aufdeck-Ding! Habt ihr sowas mit? Oder? Einfach mal random aktivieren, dann siehst du, dass ich mich auch... Ich will nicht wissen, wie es bei denen auf der Karte aussieht, ohne Scheiße! Nein! Ob ich glaube, ich werde nicht geblindet oder okay, ganz GG! Bot-Lane! Bot-Lane! Dead Cold! Yeah! Bros! Du fängst Schaden! GG! Ey, wenn die alle Relays hätten, dann wären die GG! War Penta! War Penta! Ja, wir gehen jetzt da rein! Go, go, go! Warte noch! Minions! Bot-Lane! 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 Oh Gott, ich sterbe! Bot-Lane! Oh mein Gott, GG! Ohne Scheiße! Das haben wir nur durch Plays gewonnen! Nur durch Plays! Hätten wir das noch länger gegangen, hätten die uns geohnt! Ja! Ja! Doch! Doch! Die hätten uns einfach gekitet, Mann! LOL! Ich hab den Nexus bekommen! BP! BP! Oh Gott! Und die ist fertig! Dann wäre es fertig! Und dann wäre es fertig!